Ich bin die Mau von der Mount Everest, na klar, du musst dir von der Zugspitze weg. Eins, zwei, drei, los. Ich habe euch einen Call in den Chat geschickt, Jungs. Also es ist egal, ob ihr über PC spielt, über Playstation, ihr könnt alle in die Lobby reinkommen. Wir können alle zusammen spielen. Gut, ich glaube es funktioniert. Oha, schon voll. Ich habe gar keine Ahnung. Bro, wie geht das? So wie früher? So schnell, ja, ja. Ja, nur halt andere Spiele. Bro, was ist mit deinem Garten los? Erzähl mo, auch für den Chat hier. Treib Sand einfach. Das ist Wahnsinn, ne? Ich habe es bei Insta gesehen. Alles nass. Die sind mit dem Bagger versunken, einfach. Die mussten mit dem Radlader rausholen. Ansonsten hätte ich einfach einen Bagger im Garten drin gehabt. Wäre auch geil, oder? Natürlich. Ist ja wirklich Wahnsinn. Was macht man da jetzt? Ja, wissen wir noch nicht. Also Worst Case ist halt alles drei Meter aus Schachten. Ich glaube, 40 Kubik oder so. Boah. Ach, die Scheiße, Jungs. Ich habe gar keine Ahnung mehr, ne? So, Ladies, wer ist drin? Wer ist drin? Alter, geil. Ich fühle zu euch schon wieder, ne? Sage ich euch, wie es ist. Aber da sind viele geile neue Maps bei. Und ich bin einfach letzter. Ey, ich war mal so stark. Aber gut, ich muss reinkommen. Ich bin wirklich letzter da. Okay. Ich bin auch sehr, sehr weit hinten. Okay, aber noch nichts verloren. Da kommt einer geflogen. Okay, der Move geht immer noch. Jungs, die Finger müssen erstmal warm werden. Oha. Jetzt sind da noch diese Dinger, die sich runterboxen. Boah. Sind die immer da in jeder Runde? Ich weiß es nicht. Äh, das ist auch anders hier. Was ist denn hier noch? Ja, weiß ich ja nicht. Wie lange ist denn da mittlerweile so ein Level? Ist hier nicht normal eine Planke? Jo, perfekt. Und hier auch noch die Hammer. Ja, ich bin drin. Bin drin. Ich bin einfach aus. Bappe. Ich bin einfach aus, drumherum bei dem Hammer. Und irgendwelche Idioten, die nicht laufen können, halten mich da auf. Perfekt. Ey, ich bin drin. Aber die Map hat mich voll irritiert. Kommt da nicht am Ende diese Planke, wo die Bälle runterfallen? Ich habe keine Ahnung. Schon so da nicht mehr gespielt. Jungs, ist die Cam hier besser? So besser? Oben links, glaube ich. Ich habe es jetzt unten rechts. Ich stelle das oben rechts. Jungs, ihr müsst eure Dinge jetzt holen. Sind bisher alles alte Maps. Gut. Wann sind denn die Hammer da am Ende? Die Hindernisse wechseln, okay? Ja, das ist ja wie üblich. Ja, so passt. Okay, gut, Chat. Ich bin doch für euch drei, Jungs. Wenn ihr die alten Maps, die alten Maps haben wohl Variationen, so. Da muss nicht immer die Map gleich aussehen. Ey, haltet mich nicht fest. Macht ne diesen. Hä? Da gehe ich schon da oben sogar schon ein Hammer. Jetzt wird es wieder eng. Da. Jawoll, schön. Fluffig. Ey, hi. Okay, sehr gut. Ich habe hier so viele Augenläger dabei. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich bin raus. Perfekt. Ich bin auch raus. Okay, Jungs, ich muss reinkommen. Das ist neu. Wow, Digga, das ist echt schwer, ne? Und da war nicht mal eine neue Map bei, Alter. Aber was gibt es für gute Kostüme mittlerweile? Hä? Was gibt es denn? Da gibt es sogar... Sonic gibt es sogar. Was gibt es denn? Okay, das ist Memory. Das kennt man noch. 100 Prozent. Da gewinnst du ja sowieso nichts, ey. Oh, was ist denn das? Boah, wie viel Wirrwarr. Überwinde die Dschungelhindernisse. Oh, Scheiße. Okay, ist auf jeden Fall Parkour, ey. Parkour ist das. Noch nie gezockt. Kenn ich auch nicht. Doch, den habe ich einmal gespielt. Kann aber eh nicht. Ach komm, Digga, wie soll denn das gehen? Das ist ja ein Marathon. Jungs, das ist ja ein Marathon. Wie lange ist der denn? 42 Kilometer oder was? Hä? Ich weiß auch nicht, wo man hier lachen soll. Geht man oben, geht man unten? Ich hab keine Ahnung, ey. Ich geh unten lachen, ey. Ich lass mich hier da vorne boxen, ey. Zack, jawoll. Erster. Hör, seit wann sind denn hier voll schnell drauf? Guck, bei mir läuft aber grad... Ach komm, nein. Nein. Runtergeflogen, ey. Oh, Gott. Wie... Digga. Das ist ja... Ach, die Kack-Nas-Hörner hier, ey. Perfekt, wo bin ich denn jetzt? Was machen die Viecher denn da? Okay, die gehen alle darüber. Ich seh nix. Ab in die Rutsche. Jawoll, ich bin durch. Hahn bis raus. Ja! Hahn ist auch durch, okay? Ja. Alter, ich hab mal... Am Ende bin ich schon noch gesprungen. Hier steht einfach noch einer an der Startlinie. Er hat einfach schon vorher aufgegeben, die Prinzessin hier. Wichtig! Luis, Timo geht sowas von rutschen. Easy. Aber da kannst du auch echt, echt schnell den Überblick verlieren, ne? Digga, ich bin ehrlich. Ich heb die Hand, ne? Ich will mich hier nicht mit falschen Lorbeeren schmücken. Ich bin am Ende einfach gesprungen. Da war irgendwie so ein Trampolin und hat mich reingeschossen. Ah, okay. Dann haben wir gerade gesehen. Okay, okay. Aber mit so vielen Leuten? Voll unangenehm, ey. Aber wenn ich mir heute noch eine Krone hole, Jungs, ne? Ich glaub, dann baut mir der Bürgermeister von Grünstadt ein Denkmal. Ah, direkt hinter mir ist eine. Die fühle ich jetzt schon mal. Ist da überhaupt keine? Ich muss wieder auf die andere Seite rennen. Da drüben sind jetzt wieder alle, aber... Nein, okay, 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 okay. Fahr mit, Timo. Wie viele hast du, Steini? Eine? Ne, zwei habe ich. Egal, ich komme überall irgendwie zu spät, denn die sind alle weg. Ey, ich war doch da durch. Ich hab Sex. Okay, rüber zum Fliegen. Ey, ey, das Fliegen ist ja ganz schwer. Das ist ja vorhin so... Dass die automatisch woanders hin spawnen, ne? Ich hab elf. Die Goldene hat einer gezockt da, ey, die Sau, ey. Scheiße, Digga. Ich pack's nicht. Ne, ich auch nicht. Mit gar keinen Überblick. Ach, scheiße, da waren sie alle. Ach, nein. Nein. Ich bin auch raus. Neun von fünfzehn. Gar keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, dass die neu spawnen oder so. Kacke, Digga. Schau raus an. Ich bin auch raus. Fuck. Unzufrieden. Ich dachte, die bleibt mal, Alter, Digga. Unzufrieden. Aber das mit so vielen Leuten ist halt auch echt undankbar, ne? Jungs, ich hab den Überblick verloren. Komplette Überblick verloren, bin ich ehrlich. Packe und Halte einen Pinguin, um Punkte zu holen. Also nur einmal festhalten, oder was? Ach, Gott, wie geil. Ach, das war das. Die sehen überhaupt nicht nach Pinguin aus, ne? Das war das. Ich wusste nur so ein Pinguin. Ach, Gott, wie geil. Die rennen da rum. Ja, du musst ihn auf die 25 Sekunden festhalten. Wie geil ist das denn bitte? Da hat einer. Hat einen verloren. Ah, aber die Sekunden werden ja angerechnet. Ja, ja, genau. Das bleibt. Alter, wie die Pinguine wegflitzen. Wie gut ist das bitte? Alter, der Jumsie ist noch drin. Auch bei drei Stück sind schon durch. Was ist das denn? Ich bleib beim Jumsie. Ich glaub, Jumsie macht das. Ey, das ist schwer, ne? Ich hab so gut angefangen. Rennt da nur in der Traube rum. Jumsie, ganz starker Move. Jumsie, hol ihn dir. Alter, der ist ganz da oben alleine auf der Plattform, hält ihn fest, ne? Was für eine Maschine. Er dreht sich im Kreis. Dieser Jumsie, er geht die Rutsche. 18, 19, 20. Aller Jumsie, du bist das Brain. Steht sogar in der Rutsche drin. Wahnsinn. Jumsie. Ich weiß nicht, ob Jumsie hier einer vom Chat ist oder von Steini, aber ganz grandios. Ganz grandios. Der Jumsie hat safe mal im Zoo gearbeitet. Safe. Der Pinguin-Flüsterer. Safe im Zoo.